So Leute, was geht weiteres Video, mein Kanal, ja man, zweiter Tag, ja man, beste, Kängurus, David die Mimose, David, und da sind die ganzen, Kängurus, Kängurus, what's going on, mate? Und dann werden erstmal dann die Vögel gefüttert, und Harry das Horse, und dann wieder die Kängurus, ja man, Fütterungszeit von den Kängurus, und ja, meine haben nicht performt, ich kann euch die dann gleich zeigen, welche ich hab, dann wisst ihr Bescheid, habt ihr mehr Background Information, ganz viele schreiende Vögel, die fucken ab, morgens um sechs, kreischen die schon, bockt nicht, Digga, jetzt wird abgechillt, und dann abgeschmatzt, und abgeschmaust, meine lieben Damen und Herren, danke für die zwei Follower, mehr, mehr müssen es sein, road to one million, wir haben neun Monate, zehn Monate Zeit, dann bin ich wieder zurück in Deutschland, dann geht das richtige Leben wieder los, hab ich Bock drauf, ne Digga, Bock nicht, kurz Homegym hier aufgebaut, wir haben neun Freund, wir wissen nicht wie er heißt, hallo Cousin, sag mal hallo zu der Kamera, komm her Big Boy, Big Boy, Training wurde absolviert, Gerichte geschätzt, easy, die alte, diese Lake, jetzt wird erstmal was zum Foden gemacht, für die Massels, Digga, erstmal, Harry, nein, nein, bleib schnell, ich brauch dich, fein, kommst du rein, wunderschön Sunset, ja, meine lieben Freunde, jetzt ist gleich Fütterungszeit für nen Vögel, und dann kamen die kleinen Kängurus, da ist David, und da sind die ganzen gechillten Kängurus, Outfit of the day, wie viel ist dein Outfit wert, Cousin, sag mal, T-Shirt, Resale Retail, 100 Scheine, Latzhose Cousin, Resale Vintage Special Edition, 18 Scheine, jetzt zeige ich euch die Megaschus, Schuhe, Sukras, 60k, und zusammen kostet es so viel wie ein Einfamilienhaus, Digga, dann sage ich, wir sehen uns bei den Kängurus wieder, oder bei den Vögeln, oder am nächsten Tag, ich weiß es nicht, Digga, das ist Pongo, Känguru, die am Zippen, die sind die anderen Brees am Relaxen, ich zeige euch noch mein anderes Känguru, das ich habe, das ist mein anderes Känguru, Jacky, Jacky, Jackson Jones, also Kängurus wurden gefüttert, das ist unsere kleine Butze, ich zeige euch die kurz, hier schlafe ich, schlafe Dave, hier Bob, unsere Sachen, so ein bisschen schmutzig, habe aber gekehrt, wichtig, Spinnenwehe mache ich da morgen auch weg, Winter noch zwei Wochen, also wie schon gesagt, Kängurus wurden gefüttert, und die Zähne wurden geputzt, jetzt geht es in die Haier, wir sehen uns morgen früh in aller Wusche, einen wundschönen guten Morgen, alle sind zerstört, geht schild, jetzt müssen wir erstmal die Vögel füttern, und das währt, da haben wir das super duper Essen, okay, Harry, ja, Mann, es wird hier verstreut, und das andere kommt da abhängt, jetzt seht ihr mal hier, meine zwei, das ist Pongo mit dem lila Bag, und das Jacky mit dem weißen Bag, die wird hier krabbelästig, das geht nicht, die sind andere am Start, dann habe ich noch ein Wallaby, das ich schüttern muss, das ist der kleine süße Onyx Fox, der ist sehr gierig da immer, und da ist ein ganz kleines, ganz kleines, ja sag mal Hallo, ja sag mal Hallo, lass ein Abo da, sagt die, oh ist der ja Supporterin, Super-Synist, jetzt sind wir hier draußen am Stüssel, da ist so ein Renn-Ding, und dann kriegen die Vögel nochmal was, dann werden wieder die Kängurus gefüttert, wieder alle, hier haben wir so Spritzen für die Kängurus, und hier sind die ganzen Namen, wo die Flaschen dann gemacht werden, und da an der Tafel steht dann, welches Känguru wann gefüttert wird, und wie viel Milch es bekommt, sehr wichtig. Die Vögel sind auch gefüttert, jetzt ist Medag Digga, gechillt, es gibt einfach vier verschiedene Arten von Kängurus, ich glaube die normalen, die sind so mittelgroß, dann gibt es einfach rote Digga, aggressiv und größer, und die anderen zwei, weiß ich nicht, so Western oder so, die sind dann so graulich und so, yes sir. So, erstmal Essen gekocht, Zwiebeln sind geschnippelt, hier drüben Kitchen Digga, wie viel, view Baba. Hier ist Pfanne mit heißem Fett, hier ist der Reis, und dann kommt noch Chicken dazu, wichtig. Fitness auf, den Fett, den Fett, den Regal. Und fertig ist das Milch, jetzt wird abgeschmatzt Digga. Essen war saftig knaftig, gerade eine kurze Rücken-Schulter-Session gemacht, auf zu entspannt, der Fitness-Budy muss wiederkommen. Das hat mir auch erstmal ein Newton-Neuss-Burg gefetziger Mindset. Wichtig und richtig, diese Ratte Digga. Ja man, wir machen Meter, wartet. Hier auf dem Oldschool Radl unterwegs Digga. Sunshine, so, beautiful, beautiful nature. Wir sind jetzt hier bei Harry Abi, wir machen jetzt zusammen das Outro für euch. Jetzt kommt ihr hier mit meinem Bre. Ja Bruder, der will Like, lasst Like da für ihn, abonniert, supportet den Lachs. Feedback in die Kommentare, vielleicht das, was vom heutigen Vlog, mit unserer schönen Sonne im Hintergrund und Silber fährt. Like, Abo, bis zum nächsten Mal. Easy.